Ich halte hier in meiner Hand ein Wahlturm und spielte zu Beginn die Titelmusik zum Film beraten der Karibik. Das Waldhörn gehört zu den Blechblasinstrumenten und ist vielseitig einsetzbar im Blasorchester, im Sinfonieorchester, in der Volksmusik, im Jazz und früher, früher wurde es in der Jagd verwendet. Ab welchem Alter kann man eigentlich das Waldhorn lernen? Da gibt es für unsere kleinsten Schüler ab fünf Jahren ein Kinderhorn. Diese Kinderhörner sind kindgerecht gebaut und klingen gleich schön wie die großen Hörner. Der Hornist, so nennt man den Waldhornspieler, beherrscht nicht nur das Waldhorn, sondern auch aus der Schweiz das bekannte Alphorn. Untertitelung des ZDF, 2020